Hier haben wir die Übersicht günstigster Fliegenpilze im Oktober 2024 in Deutschland. Oder was wir zumindest erhalten, wenn wir die deutsche Keywords verwenden und was wir da finden. Ich habe da einige Seiten hier, wie ihr seht, durchgeschaut. Und vorerst, da sind ca. 100 irgendwas, 116 Euro pro 50 Gramm. Ja, aber lass uns mal jetzt hier zu dem günstigsten gehen. Also das ist für 50 Gramm Fliegenpilze-Wackungen. 39 Euro. Mit Versand habe ich gefunden bei dem Amanita Forest. Bei dem Shop FlyAgericEU. Dann am 2. Platz für 45 Euro Inklusivversand vom OMSCHRUM. Dann Amanita Live für 45 Euro. Da wird nochmal Versand dazu kommen. Kopfnote aus Österreich. 48,59 Euro mit zusätzlicher Versand. Dann GARDEN SHAMAN EU für 58,90 Euro. Und nochmal Versand dazu. Oder hier für Druids. Für 59,90 Euro. Kleine Euro nochmal Versand dazu. Oder hier. Vom Fliegenpilzkaufen.de. Für 81 Euro. Und hier. Schlusslicht. Mit 116,58 Euro. Circa. Ich muss noch checken. Ja, richtig. Sammiter Muscara PullVoy Drott und Räucherwerk. Kann mein Fokus und Wohlbefinden stärken? Das Räucherwerk. Wenn ich einfach mal da. Produkt dient ausschließlich dem Verräuchern als Räucherwerk. Und nicht dem menschlichen Verzehr. Okay. Fazit. Nicht alles was scheint. Muss glänzen. Die teuerste Werte möchte offensichtlich die teuerste sein. Die zumindest am hochwertigsten wirkt. Ich glaube jedoch nicht. Dass es irgendwelche Punkte zur Annahme geben würde. Dass der eine oder andere Zulieferer besser wäre. Da es sich nur gleich vor meinem Fliegenpilz handelt. Ja. Und diese Naturprodukte. Ich glaube die kommen mal oder weniger. Also wenn nicht von den gleichen Großhändlern. Im Endeffekt kommen die aus dem Wald. Und ja. Das Produkt von dem Fliegenpilz. King. Den Varianten. Den Preis King vielleicht. Der möchte der teuerste sein auf dem Markt. Das ist ja auch verständlich. Qualität. Die möchte ich auch verkaufen. Oder zumindest so qualitativ wirken. Wie wir das dann hier an den Verpackungen sehen. Ziemlich auffällig. Die Größe sah gut aus. Ja. Aber. Wenn jemand. Einfach nur Medizin will. Dann ist glaube ich hier. Diese Variante am besten. Ja. Wenn das Video mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Da. Werde ich mich noch kümmern. Und ich glaube ich kann. Den Preis. Für die 50 Gramm. auch nochmal stärker runterbringen. Definitiv auf unter 30. Also damit der. Das Medizin auch. Ausgeht. Falls jemand noch günstiger brauchen würde. Kann man nochmal drüber reden. Weil im Endeffekt. Das ist Medizin. Das ist Medizin. Und äh. Sollte nicht unbedingt vorenthalten werden. Den Menschen.